Al-Djihad, Wörtel, Heiliger Krieg, auch geschrieben Al-Djihad oder Al-Djihad, oder besonders missverständlich islamischer Djihad ist eine ehemalige ägyptische Terrororganisation, die mittlerweile unter Ayman Azed Sawahiri in Al-Qaida aufgegangen ist. Mehrere führende Al-Qaida-Mitglieder sind oder waren Ägypter, so zum Beispiel Mohammed Atef, Ali Mohammed und Mohammed Adda. Auch Saif al-Adel und Saakawi-Nachfolger Abu Ayyub al-Masri haben einen Al-Djihad-Hintergrund. Die Ermordung Sadats Am 6. Oktober 1981 wurde Mohammed Anwar al-Sadat während einer Militärparade in Kairo, die an die Überquerung des Suezkanals zu Beginn des Jom-Kippur-Krieges erinnerte, durch einen Angriff von vier Islamisten der Gruppe Al-Djihad ermordet. Al-Djihad eine Abspaltung der Al-Jama al-Islamiyya, geführt von Abedya Salam Faraj und Karam Zudi und ihr Mufti Shaikh Umar Abedya Rahman, ein blinder Professor der Al-Ajah-Universität, betrachteten Sadat als unrechtmäßigen Herrscher, weil er nicht ausschließlich auf Grundlage der Scharia herrschte. Sie sahen seine Ermordung als notwendiges und angemessenes Mittel zur Errichtung der von ihr angestrebten Form eines islamischen Staates. Während konfessioneller Unruhen im Gebiet von Azed Zavia Al-Hamra 1981 ermordete die mittelägyptische Gruppe von Al-Djihad sechs koptische Christen, die reiche Goldschmiede waren und erbeutete nach Aussage ihres Führers Karam Zudi 5 kg Gold und 3000 ägyptische Pfund, mit deren Hilfe Waffen für die Organisation erworben wurden. Zur Unterdrückung dieser Unruhen wurden auf Anweisung von Sadat etwa 1500 Oppositionelle im Raum Asiud verhaftet, darunter Mohammed al-Islam-Buli, Leiter der Jama'at sowie der Betriebswirtschaftlichen Fakultät von Asiud. Bruder des damals 24-jährigen Al-Djihad-Mitglieds- und Oberstleutnants der Artillerie Khalid al-Islam-Buli. Dieser unterbreitete neun Tage vor der Militärparade, auf der er ein gepanzertes Fahrzeug führen sollte, Abide As-Salam Faraj den Vorschlag, die drei Soldaten, die neben ihm sitzen sollten, durch Komplizen zu ersetzen, das Fahrzeug auf Höhe der Tribüne zu stoppen und dort mit Handgranaten und Maschinengewehren Sadat zu ermorden. Er brauchte dafür Munition und Handgranaten. Am 26. September beschlossen die in Saft-Alaban, einem Kairoer Elendsviertel, zusammengerufenen Führer und Unterführer der Gruppen aus Kairo und Mittelägypten das Attentat und den anschließenden Start einer Volksrevolution in Kairo und Asiud. Khalid al-Islam-Buli beurlaubte die drei Soldaten, die als seine Beifahrer eingeteilt waren, und schleuste am 5. Oktober drei Komplizen in die Kaserne. Weil Offiziere nicht durchsucht wurden, schmuggelte er selbst Gewehrmunition und die Handgranaten ein. Die Attentäter brachten vor laufenden Fernsehkameras den gepanzerten Militärlastwagen vor der Tribüne zum Stehen, stürmten darauf zu und eröffneten das Feuer mit Handgranaten und Maschinengewehren. Die Granaten verfehlten die Tribüne, aber die Kugeln töteten Anwar As-Sadat, dessen Leibwächter überwiegend davon stoben, und weitere Menschen auf der Tribüne. Der Anführer der Attentäter rief hörbar in der Aufzeichnung des amerikanischen Fernsehens, Ich habe den Pharao getötet. Während in Kairo nur eine Bombe explodierte, gingen am 8. Oktober zu des Männer in Asiud zum Angriff über, um die Volksrevolution auszulösen. Da dies der erste Tag des Opferfestes war, das traditionsgemäß zu Hause in der Familie verbracht wird, gelang der überraschende Schlag gegen das Hauptquartier der Sicherheitspolizei, das nur von einem Bereitschaftsdienst unter Führung eines christlichen Offiziers besetzt war. Dieser wurde enthauptet, die Schawisch-Es, jämmerlich bezahlte Polizisten, niedergemetzelt. Die mittelägyptische Polizei konnte die Stadt nicht unter ihre Kontrolle bringen. Doch am übernächsten Tag zerschlugen aus Kairo eingeflogene Fallschirmjäger die Rebellion. Die erhoffte islamische Volksrevolution blieb aus. Nachfolger Sadats wurde sein Stellvertreter Mohammed Husni Mubarak. Den Trauerzug am Tage der Beisetzung begleiteten zahlreiche westliche Politiker, so die ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten Jimmy Carter, Richard Nixon und Gerald Ford sowie Prinz Charles von England, der deutsche Kanzler Helmut Schmidt, der damalige Präsident Frankreichs, François Mitterrand sowie politische Führer aus der Sowjetunion und Afrika, außer dem Präsidenten des Sudan, Noumairie, und dem Präsidenten Somalias, Siad Bare, war kein arabischer Führer gekommen, um Sadat die letzte Ehre zu erweisen. In Libyen und im Südlibanon wurde sein Tod sogar gefeiert. In der iranischen Hauptstadt Teheran wurde eine Straße nach dem Mörder Sadats benannt, die jedoch im Jahre 2001 in Intifada Straße umbenannt wurde, um die iranisch-ägyptischen Beziehungen zu verbessern. Nach Massenverhaftungen von Islamisten wurden die meisten nach und nach freigelassen. Nur die Gefasten-Al-Djihad-Mitglieder wurden in zwei Prozessen abgeurteilt. Im ersten Prozess wurden fünf der vierundzwanzig Angeklagten, die vier Attentäter und der Chefideologe Farratsch, welcher die Kairoer Gruppe leitete, zum Tode verurteilt und am 15. April 1982 hingerichtet. Im zweiten Prozess standen 302 Personen unter Anklage. Die Prozessprotokolle sind, da die Attentäter stolz auf ihre Taten waren und aussagten, ein wertvolles Zeugnis über die Denkweise und Einstellung einer islamistischen Terrorgruppe. 1980er Jahre und später In den 1980er Jahren zersplitterte sich die ursprüngliche Organisation, die Talat-Al-Fatih-Fraktion unter Zawahiri wurde der bedeutendste Erbe des Ausgangsgebildes und wird in der Regel allgemein als Al-Djihad bezeichnet, zumal der Führer der Konkurrenzfraktion Abbu Dazetzuma eingesperrt wurde. 1993 versuchte sie, den Innenminister Hassan Ol-Alfi und Premierminister Atif Saeed G. zu töten. 1995 beging sie einen Anschlag auf die ägyptische Botschaft in Pakistan, scheiterte aber mit einem Anschlag auf Präsident Hosni Mubarak in Addis Abba.